Wir stehen auf fetzige Kleider und fantastische Kostüme. Und wir stehen für immer auf Fantasy Barbie. Fantasy Barbie mit Kleidern überraschend neu. Sie verwandelt sich. Schau, sie wird schnell zum Schmetterling. Sie verwandelt sich in eine Blume. Fantasy Barbie sieht immer wie neu aus. Sie ist eine Prinzessin. Ein neues Kleid, ein, zwei, drei. Die Maske ist auch dabei. Wir stehen auf Barbie. Fantasy Barbies Kleid lässt sich dreimal verwandeln. Und eine Maske ist auch dabei. Fantasy Barbie. Fantasy Barbie.